Ja, jetzt wäre so ein Stream schön. Könnte man die Leute fragen. Ah, komm mal, ich glaube, ich habe was gesehen. Komm mal mit. Diese zwei Dinger hier führen hier unten hin. Und da sehe ich irgendwie ein großes Mermaid-Gedöns. Siehst du, was ich meine? Ja. Ist auch im Fels irgendwie verankert hier die Kette. Guck mal, die müssen beide nach unten zeigen. Fehlender Sirenenherz. War so klar. Sirenenherz sind somit aus der vorherigen Schlacht ein Sirenenherz gemacht. Ja. Dann lass uns mal was Sirenenherz suchen. Ey, die wollen mich doch verarschen jetzt, oder? Keine Ahnung. Können wir die nicht aus dem anderen rausnehmen? Ach, Mann. Ey. Lustig, lustig. Naja, es müsste ja blinken, oder irgendwie sowas. Normalerweise. Bist du dir sicher? Ja, eigentlich, heute blinkt ja immer noch komisch. Hat ein ätzender Scheiß. Hat mich nicht mehr umgebracht. Das habe ich mir jetzt auch nicht wirklich gemerkt. Ich glaube, im Schiff, ne? Bist du dir nicht nach oben treiben? Boah, boah, kein Scheiß. Ja, aber war das nicht immer so? Nee, aber zum Teil. Schau mal, aber das ist dann schnell weit nach oben. Ja. Vielleicht müssen wir auch noch den richtigen Kampf suchen. Wir beiden, Dorftroddel. Den Däven vielleicht? Ich weiß nicht, wenn wir jetzt die Stäbe erneuern. Welche Stäbe? Wie gerade eben. Ich geh nochmal, ich schwimm nochmal zu diesem Turm. Ich halte, ich brauch Luft. Turm war doch der da oben, ne? Ich weiß nicht, wo du hinguckst. Da, wo die Höhle drunter war. Ja, aber hier sind auch nochmal Fenster. Hier? Naja, da, wo wir eben waren. Da drüber. Da schwimme ich jetzt mal hin. Ah, Mann. Ah, wir sind so blöd. Ja. Das kann man ja nicht riechen. Ja, ich glaube, hier bin ich richtig. Da drinnen ist was. Aber ich komme nicht rein. Wahrscheinlich wird das dann erst freigeschaltet. Alter. Oh. Oh. Ich wurde an die Meeresoberfläche katapultiert. Na toll. Finde ich auch. Das ist doch nicht dein Ernst. Echt mal, ey? Das ist doch nicht dein Ernst. Ich meine, was sollen wir machen? So, mal gucken, ob ich unten wieder auftauche. Ich habe jetzt mal hier mit einer Mermaid gesprochen. Oder ob die mich wirklich zu Schüssel zurückschickt. Ja, ich bin unten. Das ist gut. Ich habe doch eben Luft geholt, Alter. Was spinnst du nur rum? Oder habe ich nicht Luft geholt? Kann natürlich auch sein. Hier ist auf jeden Fall Muni. Mal mal das Trinkessen. Wo? Bei mir. Sehst du mich? Ja. Also, irgendwas müssen wir übersehen haben. Was ist das? Das ist aber so ein Schiff. Will ich ja nicht. Nee, hier ist so unser... Ah, guck mal, hier sind Stäbe. Ich nehme jetzt mal wieder so einen Stab. Aber ob der uns was bringt, ist jetzt hier nur eine Frage. Mit eins sind wir uns einig, es hat irgendwas mit dem Scheiß hier unten zu tun. Aber wir müssen ja irgendwo so ein Viech kaputt gemacht haben, was halt diesen Stein droppt. Weiß ihr halt auch nichts. Oder zeigt der Dings wirklich da drauf. Der Korn was. Ich weiß es nicht. Ach jo. So, ich sehe was leuchten. Gucken was das ist. Das ist der Stab. Mhm. Mhm. Ich weiß so langsam echt nicht mehr. Das ist wieder so typisch. Einfach einmal Reibungswunschung. Ich will da rein. Dafür müssen wir ja wieder irgendwie auf so ein Ding hauen. Wo ist es? Das Ding ist auch, ich kann mich... Ich bewege mich gerade wie so ein freilaufender Kühlschrank. Hast du auch so ein Stab genommen, oder wie? Ja. Das ist nach einer Viertelstunde nicht mal irgendwie so eine Hilfestellung kommt. Oh, Alter, warum bewege ich mich denn so langsam jetzt? Weiß ich nicht. Ich drücke einfach X. Bis zum Stab los. Sehr gute Idee. Komm mal rechts rum. Komm mal hier, wo ich bin. Bisschen weiter oben. Komm mal hier, wo ich bin. Da oben bist du. Da ist, glaube ich... Nein, der Eingang ist auch zu. Fickern! Das ist wahrscheinlich wieder unten in die Höhle und dann da drinnen wieder eine Aufgabe. Das sind dann jetzt so die einzelnen Türme, die hier mit den Ketten festhalten. Oder? Aber wie kommen wir da rein? Und wo? Hier ist doch unser Stein. Ja, sie sind überall so eine Portale, aber nichts, wo ich drauf einkloppen kann. Da wüsst du, dass du da reinkommst. Doch, jetzt! Ich hab einen. Das gibt's gar nicht. Komm ich da hin? Weiter rum. Oh, ne, jetzt bin ich tot. Ich glaube, da sollte ich nicht rein. Oh, Mann. Doch, bist du? Ja, ich bin oben. Oben. Beim Schiff. Also, soll ich da jetzt auch rein, oder nicht? Du kannst es gerne versuchen. Ich glaube mittlerweile aber nicht, dass es, äh, die Lösung war. Kommen wir ja nicht mal rein. Kommen wir ja nicht mal rein. Hm. Irgendwo muss dieser Stein sein. Ja, so langsam tippe ich das leider auch. Aber wo, Alter? Du denkst doch im Kampf nicht und siehst doch nicht. Weißt du, wie ich mein? Ja. Das könnt ihr doch nicht im Ernst so doof gemacht haben. Das ist auf jeden Fall eine riesige, verschleimte Tür. Aber die kann ich nicht aufmachen. Ah, hier ist noch eine E-Mail aufbaut. Hm. Ich werde da stehen. Besiege Sirenen. Ja, ja. Ich habe hier gerade auf eine Tür eingekloppt und dann kam die an. Oh, was hat denn nichts damit zu tun? Hm. Jo, hier sieht ganz schön viele an. Ja, ich bin auf Weg. Okay. Was wir auch immer gemacht haben, war nicht doof. Was ist denn das? Verdammtisch. Da. Hat man eigentlich wohl eine Farbe von mir? Ja, keine. So, du sagstest, da war ein Medium-Frauen. Wo? Weißt du noch, wo dein Turm ist? Wo ich jetzt zuletzt war. Den Turm. Genau, wenn du doch den sozusagen zuschwimmst, auf den guckst, hast du ja dann noch den rechten Turm, sag ich jetzt mal. Hört sich blöd an. Dazwischen. Da bin ich hingeschwommen. Da kam dann auf einmal, da hast du die Sirene angetanzt. Oh. Ich habe... Ich habe gerade auch eine hier. Oh, ich habe... Mann. Alter, die teilen aber aus. Die Mädels. Ja. Ja, ja. Das kann ich so. Schon wieder so gut für Tore. Die hat nichts verloren. Nein, 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 nein. Ah. Los, mach die Türe auf hier. Wenn wir ganz tacht sein. Sirenen Anführer. Auch nicht fallen lassen. Nee. Also gerade den hätte ich jetzt gedacht, ne? Sirenen Anführer. Für die Flüge. Oh. Ich glaube es nicht. Was denn? Ich habe das Ding. Okay, noch nicht reinstehen. Ich muss schon wieder komplett tauchen. Alter, was soll denn das? Das macht doch keinen Spaß so. Naja, stimmt wohl. Ich bade hier an so einer Luftschleuse. Luftschleuse, ja. Willkommen bei Space Pirates. Ja. Ich habe schon wieder komplett die Orientierung verloren. Ja. Mal einfach auf meinen Namen zu. Ja, ich muss ja zwischen die Luft holen. Heißt der Weg trotzdem noch sozusagen der Weite? Ja. Ich dachte, das hat die jetzt ein bisschen, äh, optimiert. Mich wundert es halt, dass das Schiff jetzt mittlerweile ein letzter... ...Respawne-Punkt ist. Ja. Aber das hat sich vielleicht auch gleich ergeben, wenn wir die Tür öffnen. Ja. Hoffe ich doch. Ich denke mal, die kamen jetzt auch nur wieder, weil, äh, das letzte Herz dann dispawned ist. Kann auch sein, ja. Dass wir zu lange gebraucht haben, dass das Spiel sagt, na, wir machen es nochmal. Oder wir hatten den Anführer noch nicht. Du hast vielleicht jetzt was getriggert? Ja, doch. Wir hatten jetzt insgesamt fünf Anführer getötet. Ach so. Und der zweite hatte... ...das Herz. Also der zweite in dem... ...Kampf gerade eben. ...und seitdem sind hier auch keine Sirenen mehr. Sorry. Sireen. Tüt, tüt, tüt. Aber ne ganz coole Unterwasserwelt, finde ich. Ja. Sieht echt nicht schlecht aus. Ja, auch wenn du jetzt hier... ...dorauf zuschwimmst wieder. Du siehst die Pearl da unten. Ja. Ich finde es nur schade, dass man sozusagen die Pearl von der falschen Seite sieht. Diese Galleonsfigur ist halt einfach einzigartig, ne? So, ich bin jetzt neben der Pearl. Ich hole nochmal Luft. Genau. Und dann... Eigentlich auch ein ganz geiles Bild. Wenn du die Pearl hier so auf dem Grund stehen siehst. That's... That's right. That's so right. So, where are you? Ach so, jetzt hier bei der Luftschleuse hier. Entschuldigung. Das ist auch so eine Luftschleuse. Herrlich. Gut. Wenn du jetzt die Pearl da nochmal siehst, finde ich ganz cool das Bild. Ja. Gut. Dann drücken wir den Jungs da mal das Herz in die Brust. Ja. Und sie müssen beide nach unten zeigen. Ja. Ja, den linken hatte ich eigentlich schon. Ja, und ich glaube, ich habe da nochmal raufgeballert. Der muss, oder? Ich weiß nicht. Mostration. Ja. Ja, jetzt... Jetzt zeige ich da noch unten. So. Tada. Okay, dann... Und nun? Ich klatsche hier oben dem Trödmeister mal eine. Ja, das sieht aus, als würde da gleich was Großes auskommen. Lass mich fragen, also... Komm her an. Bitte nicht. Die Sirenen-Zitadelle. War er wirklich rein? Eigentlich nicht. Okay, wir gehen wieder nach Hause. Scheiß auf Jack Sparrow. Scheiß auf die Pearl. Ja. Ich finde es chứ. Die Sirenen-Zitade. Untertitelung des ZDF, 2020